ja herzlich willkommen zu den news aus dem märz usa neue regeln im weißen haus ein bericht des daily beast hatte für aufsehen gesorgt wonach mehrere mitarbeiter und mitarbeiterinnen des weißen hauses wegen eines früheren konsums von cannabis suspendiert oder zum rückkehrt aufgefordert wurden joe biden hat klarstellen lassen dass angestellte weißen haus ihren job behalten dürfen auch wenn sie in der vergangenheit gekifft haben niemand solle wegen gelegentlichen oder seltenen cannabis konsums entlassen werden die aktuelle richtlinie ermöglicht es rund einem dutzend mitarbeiter des weißen hauses weiterhin in der verwaltung zu arbeiten das wäre nach den richtlinien früherer verwaltung nicht zulässig gewesen ja noch eine weitere meldung aus den usa new york legalisiert freizeitkonsum parlamentarier des us-bundesstaates new york haben die legalisierung des verkaufs von cannabis für den freizeitkonsum vereinbart damit darf erwachsenen im alter von mindestens 21 jahren cannabis auch für den nichtmedizinischen konsum verkauft werden new york mit seinen knapp 20 millionen einwohnern und der gleichnamigen metropole wäre somit der 15 us-bundesstaat der cannabis für den freien gebrauch erlaubt mit der entscheidung hat die regierung nach die steuern im blick die künftig auf cannabis erhoben werden können schätzungen zufolge könnten in den kommenden jahren ein markt entstehender 350 millionen dollar pro jahr an steuereinnahmen abwirft geplant ist eine 13 prozentige umsatzsteuer in die sich staat kommunen landkreise teilen obendrauf kommt eine weitere steuer abhängig vom thc gehalt ja zurück in die vergangenheit deutschland der bundesgerichtshof spricht weisendes cbd-urteil für gute laune in der hampfbahn in braunschweig sorgte das urteil der richter die hampfbahn in braunschweig hat es am mittwoch quasi als präsidentsfall vor dem bundesgerichtshof in karlsburg geschafft und dort fiel das urteil laut bgh kann der verkauf von hampftee an den verbraucher legal sein aber nur wenn sichergestellt ist dass sich niemand daran berauschen kann das wurde also mittwoch höchstrichterlich klargestellt we did it hieß es vom hampfbar inhaber in einer ersten reaktion weiterhin wütete die justiz in deutschland denn es gab beschlagnahmung trotz dieses urteils noch am selben tag wegen des anfangs verdachtes des verstoßes gegen das betäubungsmittelgesetz hat die polizei mittwoch das unternehmen hampfzeit in steinheim durchsucht das geht aus einer pressemitteilung der staatsanwaltschaft paderborn vom donnerstag hervor zum weiteren zu weiteren klärungen erfolgte eine sicherstellung von produkten und rohstoffen im erheblichen umfang die nun in einem weiteren schritt sorgfältig begutachtet werden müssen berichtet ein polizeisprecher die gründer von hampfzeit sind zutiefst erschüttert da sogar biomasse mit lkws abtransportiert wurde obwohl dieses unternehmen bereits seit über 20 jahren erfolgreich und legal produziert die umfangreichen ermittlungen zu dem sachverhalt würden in enge abstimmung zwischen staatsanwaltschaft und kreispolizeibahre fortgesetzt um im hinblick auf den umfang unter sicher und den sicherstellungsmengen noch eine zeit in anspruch nehmen ohne partei ergreifen zu wollen sind das eindeutig willkürliche maßnahmen die wurde zerstörung der deutschen hampfbranche dienen sollen ja und auch der deutsche zoll fängt samen lieferung ab der zoll in köln hat seit jahresbeginn cannabissamen werte von mehr als einer halben million euro aus dem verkehr gezogen bis ende februar seien knapp 70.000 der saatkörner entdeckt worden teilte das hauptzollamt köln am donnerstag mit was daraus entstehen hätte können sei beträchtlich eine fläche von rund zehn bundesliga fußballfeldern hätte man mit der menge an samen bepflanzen können erklärte ein sprecher ja die samen wurden den angaben zufolge bei kontrollen des postverkehrs aus den niederlanden entdeckt in mehr als 5.800 briefen es handelte sich um einen massiven schmuggelanstieg der auch weiter anhalte ziel der post sendung seien private empfänger in ganz deutschland gewesen gegen sie wurden strafverfahren eingeleitet laut informationen sollen hauptsächlich samen der firma sense seeds betroffen sein welche auch den versand nach deutschland vorerst eingestellt hat und dann kommen wir auch noch nach österreich dort ist nämlich eine plantage mit 1420 pflanzen im hotel entdeckt worden in einem leer stehenden hotelgebäude stießen beamte statt auf seltsame hotelgäste auf 1420 cannabis pflanzen welchen vollblüte standen auf der plantage am stadtrat in wien waren die ermittler gestoßen nachdem ein europäischer haftbefehl gegen den mann vollzogen worden war der den gebäudekomplex im vergangenen sommer übernommen hatte der 55 jährige wollte das restaurant das sich im ersten stock des hotels befindet wiederbeleben tschechische behörden machten ihm aber einen strick durch die rechnung sie verdächtigten ihn einer tschechischen drogenwander anzugehören der verdächtigte versicherte er habe mit der sich über zwei etagen des strecken in der plantage nichts zu tun er hatte für dieses gebäude keine weitere verwendung hat es daher weiter vermietet usbekistan genehmigung für anbau von medizinischen cannabis ein cannabis unternehmen darf in zukunft medizinisches cannabis in usbekistan produzieren die regierung erteilt die genehmigung für den anbau und die produktion von medizinischen cannabis innerhalb der landesgrenzen wachsen werden die pflanzen auf einer landwirtschaftlichen fläche von ungefähr 3000 hektar nach informationen der nachrichtenorganisation reuters werden die cannabis blüten ein thc gehalt von 0,1 bis 0,2 prozent haben und sind damit wesentlich weniger potent als die verfügbaren medizinischen cannabis sorten in deutschland das fertige produkt soll hauptsächlich exportiert werden paris beschlagnahmte drogen waren offensichtlich haribo erdbeeren noch am mittwoch berichtete die polizei sie habe im nördlichen vorort eine werkstatt zur verpackung der synthetischen droge ecstasy ausgehoben und heiße partyware im wert von einer million euro beschlagnahmt auf den beigefügten fotos waren kleine tüten mit rosa pulver und rosa pillen zu sehen zwei tage später meldete die staatsanwaltschaft nur knapp dass das pulver laut einer toxikologischen untersuchung weder mit betäubungsmittel noch anderen giftigen substanzen zu tun habe tatsächlich handelt es sich um zerkleinerte schaumzucker erdbeeren von haribo die in frankreich auch tagada genannt werden präzisierte eine den ermittlungen nahestehende quelle ja ein eher peinlicher coup der parierse polizei statt party drogen beschlagnahmt die französischen ermittler haribo altbeeren aus schaumzucker somit macht haribo nicht alle erwachsenen froh in diesem sinne kommentiert fröhlich und bleibt gesund macht mal die glocke an dann kriegt ihr immer bescheid wenn neues video rauskommt und ich wünsche euch schöne osterfeiertage bleibt gesund bis dahin schaumzucker